So, und wir schwingen jetzt mal eine Runde. Realistische Runde. Also ich mag natürlich auch realistische Panzerschlachten als hier Arcade. Also auf jeden Fall würde ich ja dann mal so offen hier irgendwie weise nächste Woche so ungefähr also in der Richtung halt den, ähm, ja, den Rainbow natürlicherweise wieder da, da am Start hertlicherweise kommen, für die nächste Woche. Nein. Oh doch. Oh doch. Nein. Doch. Ha, 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 ha. Ah, Mensch, das ist der typische Wiederholung, ist er? Der Herz zeigt schon lange, wie soll ich sagen, weil nicht mal auf die Karte nicht mal geguckt hat. Nein. Doch. Nein. Doch, doch. Oh doch. Doch. Und auch noch, ähm, genau. Genau. Und du, und ich wollte auch heute den Netter wieder zurückfehlen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein. Doch. Nein. Oh meinst, das ist... Ja. Nein. Ja. 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 ich habe sie wurde noch nicht die die und dann aber die schon hier zu A oder zum Bereich B. Also je nachdem. Gucken wir noch mal hier an der Seite, dass nicht hier keiner klauen von der Seite. Das wäre darum wieder mal nicht so gut. Das ganze Ding nach G3. Oh, da sieht er ja schon etwas besser aus. Und langsam füllen wir schon hier die Führung aus. Schinder Tag. Machen wir euch. Machen wir euch. Machen wir euch. Machen wir euch hoch so klettern. Oh Gott. Ja. Hat er halt so viel gefressen. Wie gesagt. Es wird... Sollte Aber die haben wir hier. Aber auf andere Seite. Die haben wir keine Lagündigung mehr. Doch! Jeder hat. Die haben wir noch nicht. So großartig. Die sind schon noch dran. D. Die Bergaufzeit gehen. Feindliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Oder soll ich hier den Computer zu geben? Mensch, Dida, oder? Nein! Dann Musch! Hä? Hast du los, Nina? Weder? Weder? Ja? Hast du mal hier sofort? Nein! Hast du mal heimkelkackert? Ich wollte nur sicherstellen. Ja, ich bin schon da. Ja, ich bin schon da. Ich bin schon da. Ich bin schon, aber das wird nicht so viel. Ich bin jetzt nicht so viel. Ich bin jetzt nicht so viel. die 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 Namen noch die haben wir also vor der uns also für mein Team wunderbar und ja die irgendwo noch die Oh, okay, irgendwo ist hier in der Nähe, ist da jemand, ich guck mal mal an der Seite, nee, will jemand auch, will jemand, ist da in der Nähe, ist da ja von unten, ja da, ach, Jagdpanzer, okay, okay, also Achtung, eine Jagdpanzer, ich versuche, ja, alle, ich bin da, ich bin da drin, das wollen wir aber nochmal, ich muss mich was in unseren eigenen dizzymmen machen, ja schön, alle, ich bin ja wieder kräft, und dann soll, so, bei meinemчитelen, eigentlich, die ja 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 So wird er das nicht wirklich stehen. Ok, Prats habe ich ja gesehen, den Schuh. Ich gehe mal langsam her an. Jetzt noch mal hier. Weißt du, wie es jetzt auch was hier ist? So. Mal genau gucken. So, ich gucke mal nach. Ok, kein Panzer ist so sehr, aber ich steige die Stellung hier, sodass er sich nicht verzweifelt. Da habe ich ja auch nicht mehr. Die sind jetzt hier Stück. Dann fahre ich mal auch ein kleines Stück weiter. Da habe ich ja nicht vor, dass die das Runde nicht gut ist. Keine Beweglichen kommen sie auch noch. Ja. Da muss noch Beweglichen kommen. Dann fahre ich jetzt. Das ist was. Das ist was. Ich spau mal noch ein bisschen rein. Also das wird. Ne, ja, nicht mehr. Ja, achten. Das sieht kurz noch aus. Nein. Doch. Das liegt doch nicht an. Hin Topf. Oh nein. Ne, ja. Ich spiel mir ja. Drei. Ja, dass ich nicht mehr vom Venom auf die Ladeergiv in den See bekommen habe. Drei. Das ist voll von unten. Ich spiel mir mal hier. Jetzt geh da drunter, ja keiner. Da war ich auch. Nein. Was noch? Wie? Was? Ich spiel es hier, ne? Wird er verschützt? Wird er verschützt? Was? Da vorne sehe ich einen Spass. Da muss ich nur noch diesen warten, bis er... Ok, sehe ich den Spass. die harte banzer nur dass ich ja früher ja schön Na, kommen wir jetzt mal raus, oder? Na, das hätte ich nicht daneben geschossen. So, jetzt, wenn wir das rauskommen. Ja, also, ok. Was dachte ich mir? Ob da nicht mal hier die Wiener mehr? Oh, das ist ein Pöte. Oh, das ist ein Privat. Ja, das ist ein Pöte. Ja, ok. Ach, das ist ein Pöte. Ich hab mich ja in den Halt, dass ich wieder das Pöte eingegangen habe. Vermutlich schon mal. Jawoll, und wir haben gewonnen. Drei Leute auf mich im Netz. Was? Ach, Mann. Äh? Wer hat denn das denn jetzt bitte schön gemacht? Hä? Sehr unglaublich. Naja, wenn ich jetzt hier auf dem Glück vorbei ist, zeige ich euch mal, dann, ja, sich was doch. Und wenn ihr noch auf dem Schaden sind, wenn ihr seid, könnt ihr gerne machen. Und, äh, nicht vergessen auch noch, wenn ihr gefallen habt, die Videos sind da immer schon und, ja. Ja, wir haben gewonnen, 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 gewonnen. Jawoy! Jawoy! Nein! Doch, Dida! Wir haben gewonnen! Nein! Oh, doch! Doch, 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 doch! Nein! Nein! Okay, Dida, jetzt reicht schon. Langsam. Also. Entweder, da, äh, bist du noch in der Lage, noch, äh, äh, in der Weise, mal, weil alles gut, 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 äh, in der Hinsicht noch bleiben, oder? Du gehst schrausch! Nein! Ah, warum denn nein? Oh, mal sagen, okay. Okay. Wie ist er, oder? Woher ich bin eigentlich? Ja, also, die Linie. Gott. Also, hier gibt's auch noch. Pausern. Okay. Gut. Guck mal, du. Hm. Okay. Guck mal, du. Na, gut, das war's jetzt. Mal, und, pff. Also, wie wir gesprungen haben, in der nächste Woche, den wir mal natürlicherweise Raymusik machen, und, und, ja, und wir wollen auch nicht vergessen, hier in GTA, kommt auch noch, ja, vielleicht übernächste, aber gut. Tschüss. Vielen Dank.